City Skyland 2 wird riesig. Während wir im Vorgänger nur auf 33 Quadratkilometern bauen konnten, wird das bebaubare Gebiet des zweiten Teils mit 159 Quadratkilometern fünfmal größer sein. Das ist in etwa so groß wie der größte Bezirk unserer Hauptstadt Berlin mit 240.000 Einwohnern oder wie die Großstadt Aachen. Eine fünfmal größere bebaubare Stadt hört sich erstmal richtig gut an. Allerdings gibt es so einige Kritiker, die behaupten, dass die Fläche kleiner wäre als die des Vorgängers. Dabei beziehen sie sich auf eine Mod, die den ersten Teil auf 324 Quadratkilometer erweitert hat. Würde man diesen Maßstab annehmen, dann wäre der zweite Teil nur halb so groß. Ob man einen Nachfolger anhand einer Mod des Vorgängers messen will, muss aber jeder individuell für sich entscheiden. Ich persönlich freue mich über die deutliche Erhöhung der nativen Spielfläche und glaube fest daran, dass es auch für den zweiten Teil Modifikationsmöglichkeiten bezüglich der Größe geben wird. Kommen wir nun dazu, wie die Maps von City Skyland 2 aufgebaut sind. Die Karten bestehen aus verschiedenen quadratischen Feldern, die Teils genannt werden. Wenn wir einen Teil freischalten, können wir ihn bebauen. So können wir entweder eine große zusammenhängende Stadt bauen oder auch abgelegene Teils freischalten, um hier eine kleine Vorstadtprovinz aufzubauen. Während wir im Vorgänger Vanilla neun große Teils freischalten konnten, haben wir im zweiten Teil Zugriff auf 441 Teils, die jeweils ein Drittel kleiner sind als im ersten Teil, um detailliertere Flächen abzugrenzen. Zu Beginn können wir nur neun Teils bebauen. Mit dem Erreichen von Meilenstein können wir weitere freischalten. Deshalb sollten wir gerade zu Beginn auf die Kosten und die natürlichen Ressourcen der freizuschaltenden Felder achten. Neben der Ausweitung der Karte in die Breite wurden auch die Höhenlimits angehoben. So können wir unsere Stadt noch weiter in den Himmel bauen. Außerdem können wir direkte Verbindung zu Städten abseits unserer Karte errichten, um beispielsweise Handelsrouten aufzubauen. Die verschiedenen Karten bieten eine große Vielfalt, dessen Besonderheiten sich besonders stark auf unsere Stadt auswirken. Deshalb sollten wir uns vor der Wahl unbedingt Merkmale wie die Lage zum Äquator und die Hemisphäre anschauen. Außerdem spielen Bebaubarkeit, die Verfügbarkeit von Ressourcen und gegebenenfalls bestehende Verbindung zu anderen Städten eine entscheidende Rolle. Wenn wir eine Karte ausgewählt haben, können wir sie benennen und entscheiden, ob unsere Stadt europäisch oder amerikanisch aussehen soll. Das beeinflusst das Aussehen von Straßenmarkierungen bis hin zu Polizeiautos. Der markanteste Punkt ist aber wahrscheinlich der architektonische Stil. Wir können allerdings auch Gebiete in unserer Stadt einrichten, die dem anderen architektonischen Stil zuzuordnen sind und beispielsweise hybride Städte bauen. Zum Release hat das Spiel zehn Maps, die von realen Orten auf der Welt inspiriert wurden. Hier bekommen wir die breite Abwechslung von sandigen Stränden eines Archipels, über herausfordernde bergige Landschaften bis hin zum ressourcenreichen Flachland. Wenn wir City Skylines 2 vorbestellen, erhalten wir eine weitere Map, die an die finnische Heimat der Entwickler angelehnt ist. Je nachdem, wo du deine Stadt bauen wirst, wirst du mit unterschiedlichen klimatischen Herausforderungen in Berührung kommen. Wenn dich das interessiert, dann solltest du mir schnell ein Abo dalassen. Denn nächste Woche sprechen wir über Klima und Jahreszeiten. Hier links kommst du zu weiteren News und hier rechts zu meinem Let's Play von Railway Empire 2. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald wiedersehen.